TuneUp Utilities 2012 – Systembremsen entfernen und den Computer beschleunigen TuneUp Utilities 2012 hält Windows XP, Vista und Windows 7 dauerhaft sauber, schaltet überflüssige Programme ab und sorgt für Höchstleistung beim Arbeiten und Spielen. Vollautomatisch! Kein Wunder, schließlich stecken im Programm über 13 Jahre Erfahrung mit Windows-Optimierung und das merkt man. Sehen Sie nun, wie TuneUp Utilities Ihren PC verbessert. Sie sehen den TuneUp Utilities Startbildschirm. Ähnlich einem Virenschutzprogramm wird TuneUp in Teilbereiche gegliedert. Ein Häkchen bzw. Rufzeichen gibt an, ob ein Bereich optimal eingestellt ist oder Verbesserungen erforderlich sind. Auf dem Vorzeigesystem wurden vier Probleme gefunden. Klicken Sie darauf, um diese Probleme im Detail anzuzeigen. Auf dem Testrechner ist kein Antivirusprogramm aktiviert. Sollten Sie zu einem Problem eine genauere Erläuterung wünschen, so können Sie mit der Frage, welcher Auswirkungen hat dieses Problem bzw. dem Pfeilsymbol daneben eine ausführlichere Antwort erhalten. Die empfohlene Problemlösung ist in den meisten Fällen die beste. Falls keine besonderen Umstände den Vorschlag unsinnig machen, sollten Sie daher immer die zugehörige Schaltfläche betätigen. Dies gilt auch für den Netzwerkzugriff auf die Registrierung. In der Registry verbergen sich Systeminformationen, welche für Hacker ein gefundenes Fressen darstellen. Deaktivieren Sie auch diesen Zugriff. Der TuneUp Disk Doktor überprüft Ihre Datenträger auf Fehler, welche zu Datenverlusten führen könnten, und behebt diese selbstständig. Sie müssen lediglich den Datenträger und im Anschluss die Prüfmethode auswählen. Um eine Prüfung abzuschließen, müssen Sie den Rechner neu starten. Dies können Sie sofort durchführen oder Sie warten mit dem Prüfungsabschluss, bis Sie Ihren Rechner das nächste Mal manuell ausschalten. Nun ist noch ein Problem übrig. Auf unserem Testcomputer ist kein Antivirenprogramm installiert. Zu diesem Zweck laden wir ein solches Programm auf unseren Computer herunter und installieren dieses. So, nun erstellen Sie zur besseren Verwendung Ihres Computers noch ein Profil, um bessere Optimierungsempfehlungen zu erhalten. Beantworten Sie dazu die Fragen zu Ihrer Internetverbindung, zu den visuellen Effekten und zur Frage, nach wie vielen Tagen ein unbenutztes Programm zur Entfernung vorgeschlagen werden soll. Nach erfolgreicher Erstellung des Profils schlägt TuneUp Utility 6 Empfehlungen zur Leistungssteigerung vor. Diese lassen sich über die Schaltfläche Details anzeigen einblenden. Klicken Sie jedenfalls auf Alles optimieren, damit die empfohlenen Einstellungen auf Ihr System angewendet werden. Im Abschnitt Hard und Software liegen noch drei Empfehlungen vor. Über den Link erfahren Sie genauere Informationen zu den Optimierungsmöglichkeiten. Beantworten Sie die Ihnen gestellten Fragen und richten Sie Ihren Computer entsprechend der Empfehlungen ein. Selbst der Energiesparplan wird von TuneUp überwacht. Nur der Plan Höchstleistung bringt optimale Ressourcenausnutzung, allerdings wird dadurch viel Energie verbraucht. Wenn keine Steckdose in der Nähe ist, sollte Ihr Laptop daher ausbalanciert bleiben. Auch die Installation eines Werbefilters schafft mehr Sicherheit auf dem System, kommen Sie dieser Forderung nach. In den Interneteinstellungen und visuellen Effekten liegen zurzeit keine Verbesserungsvorschläge vor, da wir nun alle Bereiche des Unterpunktes Leistungssteigern optimiert haben. Im Abschnitt Systemoptimieren deaktivieren Sie im Unterpunkt Programme deaktivieren ungenutzte Programme über den Schieberegler. Auch die Autostartprogramme lassen sich auf diese Weise deaktivieren, dadurch gewinnen und wählen Sie wichtige Zeit beim Systemstart. Über Programme deinstallieren gelangen Sie in den Deinstallationsmodus von TuneUp Utilities 2012. Hier lassen sich nicht benötigte Programme deinstallieren und wichtiger Speicherplatz zurückgewinnen. Wählen Sie dazu nicht mehr benötigte Programme aus und entfernen Sie diese über die Deinstallieren-Schaltfläche von Ihrem System. Echten Abschnitt reinigen Sie Ihre Registrierungsdatenbank von unnötigen Einträgen. Wählen Sie zur besten Ergebniserzielung vollständige Prüfungen aus und fahren Sie mit Weiter fort. TuneUp Utilities zeigt Ihnen nun alle Probleme an. Mit Weiter erhalten Sie noch zusätzliche Informationen zu den gefundenen Problemen. Über die Schaltfläche Reinigung starten, löschen Sie alle nicht mehr benötigten Einträge aus der Registry. TuneUp Utilities behebt alle gefundenen Probleme. Die nächste Optimierungsmöglichkeit besteht beim Defragmentieren der Registrierung. Starten Sie den Assistenten und folgen Sie seinen Anweisungen. Wählen Sie aus, wann Sie die Reinigung der Registrierung durchführen möchten. Defekte Verknüpfungen löschen Sie über die gleichnamige Schaltfläche. Optimierungen des Systemstarts und beim Herunterfahren nehmen Sie über die gleichnamige Schaltfläche vor. Beantworten Sie die gestellten Fragen und bestätigen Sie mit OK. TuneUp Utilities schlägt Ihnen anschließend Optimierungsempfehlungen vor. Diese werden mithilfe der Schaltfläche Alles optimieren angewendet. Auch das Defragmentieren der Festplatte bringt in den meisten Fällen eine Geschwindigkeitsverbesserung auf Ihrem System. Wählen Sie die Art der Analyse aus und bestätigen Sie mit Weiter. Ihr Datenträger wird nun überprüft. Führen Sie anschließend den empfohlenen Arbeitsschritt durch. Ein weiterer wichtiger Bestand der Leistungssteigerung ist die Option Speicherplatz gewinnen. Um Speicherplatz zu gewinnen, können Sie nicht benötigte Dateien löschen. Verschiedene Datenbereiche verbrauchen nur Platz und beinhalten keine benötigten Daten. Dazu gehören alte Programmberichte oder temporäre Dateien, die irgendwann zwischengespeichert wurden. Mit Reinigen werden alle aktivierten Bereiche gelöscht und neuer Speicherplatz steht Ihnen zur Verfügung. Schließen Sie zuvor noch eventuell geöffnete Browserfenster. Zur Demonstration, wie viel Speicherplatz gewonnen wurde, wird dieser in den durchschnittlichen Verbrauch von Fotos und Liedern umgerechnet. Sind Dateien gerade in Verwendung, können sie nicht gelöscht werden. Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt. In diesem Fall geht es um die temporären Dateien, die das Screen Capture Programm für die Aufnahme speichert. Zu den alten Sicherungen gehören Wiederherstellungspunkte und Windows-Update-Sicherungen. Stellen Sie sicher, dass Sie keine alten Wiederherstellungspunkte mehr benötigen, der neueste wird auf keinen Fall gelöscht. Sie können alle Windows-Funktionen, die Sie nicht benötigen, deaktivieren. Auch dadurch lässt sich Speicherplatz gewinnen. TuneUp Utilities hilft Ihnen auch, typische und häufige Fehler des Windows-Betriebssystems zu beheben. Suchen Sie Ihr Problem in der Liste und aktivieren Sie das zugehörige Häkchen. Anschließend klicken Sie auf Weiter. Zu guter Letzt beenden Sie den Repair Wizard mit Fertigstellen. Gelöschte Dateien wiederherstellen ist eine der leichtesten Übungen für TuneUp. Wählen Sie zunächst das Laufwerk, auf dem sich die Datei befand. Übrigens auch Wechseldatenträger können durchsucht werden. Geben Sie einen Suchbegriff ein, der die gelöschte Datei beschreibt. Es genügt auch, nur eine Dateiendung einzugeben, um alle entsprechenden Dateien zu finden. Lassen Sie das Feld leer, um alle gelöschten Dateien anzuzeigen. Mit dem Turbo-Modus holen Sie das Letzte aus Ihrem Rechner. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten und markieren Sie alles, worauf Sie verzichten können. Fast alle Einstellungen sind, zumindest während Sie den Turbo-Modus benötigen, verzichtbar. Es erscheint ein Symbol im System-Trail, über das Sie den Turbo-Modus wieder deaktivieren können. Unter Windows anpassen werden Optionen und Verhalten von Windows geändert. Im Untermenü Optionen und Verhalten individuell anpassen, lassen sich Effekte, Animationen, Menüdarstellungen und die Schriftenklättung auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Windows-Design-Einstellungen nehmen Sie über die Schaltfläche Aussehen von Windows individuell anpassend vor. Im Abschnitt Aufgaben wählen Sie eine Aufgabe aus, die auf Ihrem Rechner optimiert werden soll. Tauschen Sie beispielsweise die Symbole für Ihre Laufwerke aus. Unter Übersicht aller Funktionen können Sie einen Optimierungsbericht anzeigen. Dieser Bericht zeigt Ihnen, wie effizient TuneUp Utilities arbeitet. Die Ein-Klick-Wartung optimiert Ihren PC vollautomatisch. Dank der übersichtlichen Programmoberfläche und der umfassenden Systemoptimierung können Sie beliebige Änderungen auf Ihrem System durchführen. Mit dem Programm Deactivator lassen sich Programme deaktivieren, ohne dieses deinstallieren zu müssen. Klicken Sie dazu einfach bei dem Programm, das Sie deaktivieren möchten, auf den Schieberegler und schon wird das ausgewählte Programm auf Ihrem Rechner deaktiviert. Dr. Vielen Dank.